1. Ultraschall-Bild, Aziolite gibt immer mehr Preis Lange hatte sie die freudigen Neuigkeiten geheim gehalten, doch mittlerweile teilt Julite Greco, 36, ihr Glück nur zu gern mit der ganzen Welt. 1. Ein paar Wochen vor der Geburt gibt er alles was zählt Starr nun immer mehr über die Schwangerschaft und ihren kleinen Knirppreis. Jetzt teilte sogar einen sehr intimen Moment mit ihren Followern und postete ein Ultraschall-Bild ihres ungeborenen Babys. 1. Der Serienliebling ist bereits Mama einer fünfjährigen Tochter Nun kommt bald ein Sohnemann zum Familienglück dazu. Während die Schauspielerin bereits vor kurzem das Geschlecht verraten hatte, folgte nun ein Ultraschall-Bild des sehr aktiven Nachwuchses. 1. Wach, danke kleiner Mann. Schlaf ist auch wirklich überbewertet. Ob Fußballer oder Tänzer, deine Fußarbeit ist 1a, kommentierte die Schwangere ihr Instagram-Bild und berichtete von ihrer schlaflosen Nacht. Mehr als fünf Stunden Schlaf seien momentan einfach nicht drin. Da kommt das neue Familienmitglied wohl ganz nach dem Papa, denn Mann Salvatore Greco, 38, ist nicht nur Schauspieler, sondern auch Tänzer. Das Paar kann es jetzt schon kaum erwarten, seinen Schatz endlich kennenzulernen und in die Arme zu schließen, wie die Haastagsraute ganz der Papa, Raute wie du wohl aussiehst, Raute neugierig, Raute ist es w 34 und Raute entspurt beweisen.